Ja, ich habe auch Probleme damit. Details aktualisieren. Details aktualisieren. Das ist aktuell, steht bei mir. Ja, guck in die Downloads. Du wirst es bei Details hundertprozentig in eine neue Version finden. Ich benutze nicht Details. Ich benutze das Add-on Plater. Details und Plater hängen zusammen. Wenn Details nicht aktuell ist, funktioniert Plater nicht. Okay. Wenn du Details allerdings nicht benutzt, was ich im geringsten nachvollziehen kann, weil es zu Details keine Alternative gibt. Details oder LVY? Details. Ja, okay, ich habe es gerade verwechselt. Details benutze ich ja. Aber das ist auch aktuell. Und dann manuell gucken, ob es eine neuere Version gibt. Du gehst auf Twitch. Du gehst auf Twitch. Ich glaube, Nalas, ja. Das ist Nala, das ist R2D-Twüssel. Was ist schon wieder mit Nala? Ich mache die Pornos aus.